ich will kämpfen und los hört auf meine Arbeiter anzugreifen die sollen Holz sammeln hey wo erwartet ihr? jippie ja die macht permanent 20 Schaden unmenschlich hier ich stehe euch zur Verfügung ich kann es sehen ich stehe euch zur Verfügung zu Diensten zu Diensten wer für verdammte Holz zuständig ihr werdet auch dafür sorgen dass einfach hier Holz rein kommt das hört sich gut an 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist zu tun? 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 Paule Hunde! Was ist zu tun? 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 Das ist zu tun. Aber ja. Und das ist ohne Scheiß. Loll. Ach stimmt ja, haben wir zwei davon. Hier. Oh, 200 Holz, wow. Erstmal Holz. Oh, hier ist der Schöpf-Jörg. Ja. Oh, das gibt's doch gar nicht. Was ist zu tun? Geht's los? Kommt! Auf dem Weg! Nächste Aufgabe. Ich habe eine Idee. Ja bitte, was ist zu tun? Also du musst ein Warenhaus bauen, das ist doch. Und das geht jetzt gar nichts. Ich bin ein Warenhaus. Ich bin ein Warenhaus. Ich bin ein Warenhaus. Ich bin ein Warenhaus. Mit Wehrspinne auch noch. Was für ein Spaß. Auf dem Weg. Ich bin ein Warenhaus. Ich bin ein Warenhaus. Ich bin ein Warenhaus. Ich bin ein Warenhaus. Garf 8 Waren. Und das geht zwar. Das geht zu suchen. Kommt! Okay. Na, alles klar. Okay. Ich kümmere mich darum. Ich schweige und gehorche. Ich schweige und gehorche. Kommt! Okay. Zu Befehl. Wir gehorchen. Bogenschützin, wir haben! Ich schweige und gehorche. Na, alles klar. Okay. Macht euch bereit. Affiniert. Ich könnte einschlafen. Motor läuft. Fahre los. Affiniert. Traik fährt los. Was für ein Spaß! Was soll ich tun? Nächste Aufgabe. Ich will kämpfen. Da lang. Auf dem Weg. Gehen die so lange auf die Nerven. Ich gehe vor. Ich stehe euch zur Verfügung. Ich gehe vor. Ich gehe vor. Ich gehe vor. Ich gehe vor. Ich bin da. Ich bin da. Aber ich muss sagen, ich stoppe jetzt mal an der Stelle. Ich bin hundemüde. Also. Da würde ich mal sagen. Bewertet den Part in dem der euch gefallen hat. Kommentiert was ihr kommentieren könnt. Ähm. Ja. Lass gehe ich ebenfalls noch ein Abo da. Und natürlich sunbrows. Praise the sun. Yau. Und bis zum nächsten Mal. Oder bis zur nächsten Aufnahme. Wenn ich wieder da bin und nicht so müde bin. Dann.